Ich bin wieder nervös. YouTube läuft. Hm. Ich bin wieder nervös. Ein Reh. Daaa. Ach, das ist die Scheiße hier. Wir fahren hier nochmal, ich weiß das schon gar nicht mehr. Der wird ein Hasen, ist das. Ja. Oh, nachher die Treppe, freu ich mich drauf. Und, One-Hit. Da ist das, beim Garnickel, ich hab's gesehen. Wo ist das Moms, da hinter dem Garnickel? Es ist das Garnickel. Fokus. Da ist das Moms, da ist das, bis zu rasend. Der Garnickel? Was für ein Glückschrieb bei N.G. jetzt eigentlich? Ich hab meinen schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht so aus, was man normalerweise spielt. Ich weiß nicht, ich hab den damals auch im Grenadier gespielt. Ja. Bleibt ja auch anders übrig. Na Arnel. Was seh ich da? Was seh ich da? Was seh ich da? Ja. Überprüft mal eure Grafikeinstellung, irgendwas stimmt da nicht. Wer liegt denn da? Das bin nicht ich. Hm? Flüchten. Memmi und Arne, unsere Movement-Gruppe. Arne? Ich hab's nur gesehen. Ach Gag, ich wollt grad Kontrollpunkt. Das dürfte ein bisschen schwierig werden. Und er auch wieder. Ich lieg halt gern. Er ist auch noch richtig tot. Er ist auch noch nicht zu lang. Wird zu lang. Wir sind nicht so der halben Scheiße hier. Wie mir hat ein Sternchen. Arne, dich befummelt. Ah, kann ich wieder meinen Kaffee trinken? So, jetzt hole ich runter raus. Ups, falsch ist hier. So, jetzt drafted wir uns an. Alright, ich hab's schon gefallen. Okay. Tannend. E treat ich heute nicht? Ich hab's als auch geilaert. Das war's noch nie. Also, einfach da, du bist. Dann hab's. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie. Ich hab's nie, du bist. Ich hab's noch nie. Du bist auch immer. Vielen Dank.